Die Sendung wurde live untertitelt. In der Konvention verankert, liegt es an uns, dass Inklusion seinen Platz hat. Viele denken nur noch an Karriere und Job und haben ein Thema Inklusion, noch ne Barriere im Kopf. Warum was ändern? Das alte System hat sich bewertet. Ich gehe nicht neue Wege, denn die sind zu beschwerlich. Ehrlich? Man kann nur hoffen, dass damit bei Schluss ist. Ansonsten bleibt das Bildungssystem alt und verkrustet. Man muss klarmachen, Inklusion bedeutet Teilnahme für Erwachsene, Kids und Co. Inklusion schafft Zugehörigkeit, das Gegenteil von Ausgrenzung. Ey, du bist nicht allein. Völlig egal, ob mit oder ohne Behinderung, das Wir steht im Mittelpunkt. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Eigentlich hatte ich gar nicht vor, zu reimen, doch zu diesem Thema gibt es zu viele Vorurteile. Deshalb muss ich jetzt auch mal das Wort ergreifen, um zu differenzieren wie Forschungszweige. Erstes Vorteil, Förderschulen würden besser fördern, genau. Und man nimmt nicht zu durchs Essen von Bürgern. Fakt ist, inklusive Schulen erhöhen die Abschlussrate von Schülern und sie damit ihren Handlungsrahmen. Schau mal, Kanada, das Land der Inklusion. Seit Jahren sind dort Schulen, inklusiv Hammerwaren. Und weil man dort Chancengleichheiten wiederfinden kann, führt Kanada auch fast die Pisa-Listen an. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden, so laut ist unser Plan, dass Bildung inklusiv wird. Vorurteil Nummer 2, Inklusion würde dem Kind schaden, doch Studien sagen, dass das überhaupt nicht stimmt. Fakt ist, wir gingen in inklusive Klassen und können rückblickend sagen, niemand kam zu Schaden. Vorurteil Nummer 3, Inklusion sei Gleichfacherei. Fakt ist, auch wenn es manche nicht peilen, Kinder lernen individuell. Nicht eine Größe für alle, sondern für jeden das Tempo speziell. Egal, wen du grad liebst, doch Mann oder Frau. Und egal, wo du herkommst und an, was du glaubst. Egal, ob warm oder reich, groß oder klein, schwarz oder weiß. Inklusion heißt, wir sind alle dabei. Yeah, viele Leute sagen, Inklusion ist grundsteckend und platte Illusion. Richtig ist aber die Inklusion. Da ist etwas bewegen, denn sie bringt den Strom. Korrekt ist bei der Inklusion. Sie ist für alle eine Win-Win-Situation. Also willst du etwas ändern? Geh in diese Richtung. Schließ dich und dann setzt auf Inklusion-Verbildung. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden. So laut ist unser Plan, erfüllung im Kursiv wird. Inklusion bringt den Flow, hebt eure Hände hoch. Es hat lang genug gedauert, jetzt geht's endlich los. Es muss klar sein, alle Kinder sind verschieden. So laut ist unser Plan, erfüllung im Kursiv wird. believe in die Zeit, auf die 73737-ίναι Duckちら. So laut ist auf. 1 die Zeit nach ne Эntronik. So laut ist unser Plan, führung über deine SEbeden. Abspannend sein,ced Trump um Herrn Kursiv entsprechend hier. Undileri können jetzt die Zeitung und der Onlinemöglichkeiten sein. Untertitelung des ZDF, 2020